Ihr wollt Aktionär oder Aktionärin werden? Dann gibt es unzählige Podcasts, Webseiten, Magazine, YouTube-Videos und so weiter, die euch beim Einstieg helfen können. Aber es geht auch noch etwas klassischer. Es gibt auch Bücher, die sich speziell an Börsenneulinge richten. Wir stellen euch im Folgenden fünf Bücher vor, die euch die Themen Finanzen, Börse und Aktien näher bringen. Willkommen bei Einfach Börse. Buch Nummer eins ist der Klassiker schlechthin. Der Börse einen Schritt voraus von Peter Lynch. Dieses Buch ist bereits Ende der 80er Jahre erschienen. Darin vermittelte er einfach und verständlich die Grundlagen des erfolgreichen Value-Investierens. Und der Herr, der weiß, wovon er spricht. Er war Manager des Fidelity Magellan Fund. Er verwaltete damit ein Vermögen von mehr als 14 Milliarden Dollar und 1000 verschiedene Werte. Und er erzielte über 13 Jahre hinweg eine durchschnittliche Performance von 29,2 Prozent. Das ist ein bis heute unerreichter Rekord. Und keine Sorge, sein Werk und seine Weisheiten, die sind zeitlos und haben bis heute nichts an Wert und Aktualität verloren. Das nächste Buch, Crashkurs Börse von den Herren Grebe, Grundmann und Philips, ist 20 Jahre nach Lynch's Klassiker erschienen. Also 2009. Mittlerweile liegt aber eine überarbeitete und aktualisierte Ausgabe vor. Das Buch, das arbeitet sich durch die elementaren Grundlagen des Börsenhandels. Ebenso wie durch die Basics von Charttechnik und Fundamentalanalyse. Es gibt aber auch einen kleinen Exkurs ins Thema Volkswirtschaft und den Einfluss von Zinsen, Arbeitslosenquote und Co. auf das Börsengeschehen. In der neuen, überarbeiteten Fassung, da wurde das Buch um diverse Themen ergänzt, wie unter anderem die Bereiche ETFs, CFDs und Niedrigzinsphasen. Im Buch Nummer 3 geht es um die Zauberformel für mehr Erfolg an der Börse. Er stammt aus der Feder von Joel Greenblatt, einem ehemaligen Hedgefondsmanager. Er richtet sich mit seiner Börsenzauberformel aber jetzt nicht an seine ehemaligen Kollegen. Er wollte hiermit ein Börsenbuch verfassen, das sogar seine Kinder problemlos verstehen können. Entsprechend einfach und auch amüsant ist sein Werk zu lesen. Schritt für Schritt erklärt er dem Leser, anhand welcher Kriterien man ein Unternehmen bewertet und wie man dann die besten davon zum Schnäppchenpreis kauft. Weiter geht's mit Reich werden an der Börse von Peter Thilo Hassler. Darin hat der Finanzanalyst 100 Weisheiten rund um die Börse zusammengetragen. Er überprüft, was an der Börse wirklich funktioniert und welche vermeintlichen Binsenweisheiten eher Geld kosten, als es zu vermehren. Behandelt wird ein breites Spektrum an Themen, angefangen von der Anzahl an Aktien, die ein Anleger sinnvollerweise besitzen sollte, über Börsenfaustregeln wie Buy on Bad News bis hin zu verhaltensökonomischen Konzepten. Und auch mit einigen Börsenmythen wird in diesem Buch schonungslos aufgeräumt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die Regel Nummer 1 vorstellen. Und dies war auch tatsächlich mein allererstes Börsenbuch, das ich jemals gelesen habe. Autor des Buches ist Phil Town, ein ehemaliger US-Elite-Soldat. Hier erklärt er, wie er in 5 Jahren aus 1000 Dollar eine Million machte. Und er verspricht, dass er die Zeit der Leser, Zitat, nicht mit Gelaber verschwinden wird. Ist ein Bestseller, der umfasst 400 Seiten und ist mittlerweile eben auch als Taschenbuch erhältlich. Und Spoiler-Alarm, die Regel Nummer 1, die lautet verliere kein Geld. Wie man das schaffen kann, das erfahrt ihr hier drin. Das war unsere kleine Buchvorstellung für heute. 5 Bücher rund um die Welt der Börse. Wer sie gelesen hat, der kann sicherlich so manchen teuren Fehler vermeiden. Ja, die vorgestellten Bücher, die könnt ihr auch bei uns im Shop bestellen. Die entsprechenden Links, die findet ihr in der Videobeschreibung. Und für diejenigen, die jetzt keine Zeit oder Lust haben für die Lektüre von Büchern, die haben jetzt wahrscheinlich das Video ohnehin nicht angeklickt, aber für diejenigen und alle anderen findet ihr hier die Auswahl der besten Börsenfilme. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.